und erst mal einen schönen sonntag wird das jetzt in den tollsten bisschen regnerisch ein kleines mini gewinnspiel und zwar ihr müsst erraten was sich in diesem karton hier befindet schaut man hier kleiner tipp noch hat was mit star wars zu tun die ersten drei die ja den richtigen begriff oder das richtige wort im kommentar schreiben hier nur ein kommentar abgeben die bekommen von mir einen 15 euro amazon zugutscheiden wir schauen entweder schicke ich den euch direkt auf eure e mail oder ich tue ich den kotern einfach mit teilen ihr werdet dann aber noch mal von mir persönlich dann angeschrieben so ich finde es immer wieder lustig anfangs anläuter umgeheult ich rede zu laut kommt schon mal sein dass ich ab und zu schreien müsste nur mein nachbar fragen und danach kann das mit dem schwarzen jetzt reden die leute auf einmal weil ich ja letztes mal diesen witz flecken finder gezeigt habe einfach nur ein schwarz ist mit der lampe dran und dann hier drei kleine willis scherzartikel ist einzig vor der kennt sich und dann so wie kann er das zeigen kinder kanal bla 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 ich würde das mal behaupten meine youtuber sind ja bisschen über 40.000 sind mindestens acht jahre oder älter alt so deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm so was mal vorzustellen ist halt ist halt ein scherzartikel genauso ich hatte ja diesen aschenbecher im zigaretten design gezeigt es gibt leute gucken die videos nicht zu ende dann schreiben wieder rein durch mich würden die kinder dann zum rauchen verleitet dabei habe ich ja extra am schluss noch gesagt wie scheiße ich rauchen überhaupt finde dass es super uncool ist aber ich sage mal kann den leuten nichts recht machen man kann das video noch so ausführlich erklärt die gucken es da nicht an und schreiben dann irgendwie so ein mist in den kommentaren beziehungsweise trollen rum jetzt traue ich mich ja klar nicht das aus den usa bestellte kostüme hier zu zeigen das ist nämlich ein das ist ein morphsuit und ihr könnt euch anziehen und da könnt ihr da könnt ihr euch als rosa elefant verkleiden seht ihr das hier oder schwingen da bin ich mal gespannt wie groß der schichtstoff wieder wird wenn ich das dann zeige muss man gucken wollen es ein bisschen lustig mit einem schönen intro machen ja so in letzter zeit habe ich natürlich ein bisschen viel Ruder-Siku-Schleißsachen vorgestellt ich wollte mal gucken wie das bei euch so ankommt den merkst du wieder ein bisschen mehr nerf ganz bisschen software nerf ist halt derzeit nicht so viel auf dem markt neue sachen auch in bezug auf andere plaster aber die hyperfire die ist jetzt erschienen in den usa das ist der plaster der in der sekunde fünf darts verschießt und eigentlich ziemlich cool aussieht da gibt es auch schon die ersten videos auf youtube ja hier war die hyperfire in action fünf darts der sekunde das ist rekord die rapid strike schafft ungefähr drei die kann man natürlich prima tunen nachteil bei so plastern die so richtig schnell sind die magazine sind ruckzuck leer wenn ihr zum beispiel hier im nerf battle in der tonne alle seid ja dann könnt ihr die ganze zeit die magazine wechseln deswegen finde ich persönlich flywheel blaster nicht so toll bin mir so der fan von plaster die man dann einzeln nachlädt dann sind die magazine auch nicht so schnell leer und man muss nicht die ganze zeit die flywheels am laufen haben lassen damit die darts schnell verschossen werden können so dann wollen wir den mal ballern lassen mit der hyperfire ja das ist schon wahnsinn kam auf dem boden damit so wie ich es immer mache und nochmal ja also absoluter wahnsinn ich glaube die magazine hat er hat er 25 drunter gehabt ruckzuck dann leer geschossen und fotos wo sie den blaster auf auseinander bauen da sieht man schon dass in der front zum beispiel viel platz ist das könnte man vielleicht sogar hinten sitzen die batterien drin ich glaube viermal von den großen runden könnte man sogar vielleicht ein kabel nach vorne legen kleinere akkus einbauen wie es bei der vulkan machen will damit ihr halt ein bisschen mehr dampf hat pro vulkan da kommt demnächst dann muss ich mich echt mal dran geben das video mit der stärkeren fehler mit dem einbau gibt es ein schönes video auf englisch ich will es auf deutsch machen und dann noch ein bisschen halt so auf 18 19 volt will ich dann die spannung erhöhen und dann schauen wir mal wie schnell die so schießt weil ich mir auch noch ein 100er gut habe ich schon ich will noch ein 250er gut basteln gegebenenfalls ein 500er habt ihr seit 18 gute zwei firma noch und dann denke ich mal haben wir jede menge spaß damit was wollte ich jetzt sagen ach so ja dass man die hyperfire hinten dann vielleicht sogar abkappen könnte und die stand aus so einer länge schön klein machen kann vielleicht so im raven design mal gucken weil man den akkus ja eigentlich vorne verbauen könnte ich habe das ding noch nicht deswegen muss ich mal warten bis es die dann wieder in den usa zu bestellen gibt walmart hatte sie war natürlich direkt ausverkauft waren so um die 50 dollar gewesen und ich hoffe mal dass toyster ass target oder jedenfalls amazon.com die demnächst auch listet weil dann wird es auf jeden fall von mir bestellt dann seid ihr die ersten die das video darauf deutsch sehen beim dartblaster hatte ich letztes mal halt angesprochen wie sieht es aus wann ist die denn mal in deutschland lieferbar konnte er mir nicht so sagen als er hat august genannt dann kann aber bankroft an so der größte deutsche nerf händler oder oder der größte deutsche nerf händler und hat dann gesagt so geschrieben ich weiß was was ihr nicht wisst ich weiß es bis heute nicht was er gemeint hat fand ich auf jeden fall nicht so gut vielleicht erscheint sie früher wie august doof wäre es natürlich ich bestelle es mir nächste woche die ist unterwegs an deutschland und dann bekommt sie hier zu kaufen das war nämlich damals bei der club show zu gewesen dieses auch erst ja dort noch was bis in deutschland erscheint ich bestelle mir vier stück bei toyster ass kommt ja die waren unterwegs und in deutschland konnte man so schon kaufen ich habe dann teures geld dafür bezahlt das war dann nicht so pralle und das will ich eigentlich dann beim nächsten mal solche zirkus geht verhindern ja gibt es sonst noch was zu sagen eigentlich nicht dann bin ich schon schönen sonntag ohne ich bin raus